Das ist meine Art, so kann ich auf die Welt Mit dem Keyboard in der Hand und mit mir viel zu wenig gehen Ihr habt 10 Flugtools und begleiten uns auf unserem Weg Wir versprechen euch, dass ihr uns auf der Leib aus Webex seht Wohnung kassieren, beenden Ja Du hast einen Schild! Verursacht der Schaden wird zunächst durch ihn abgeleert Und nach kurzer Zeit wieder aufgeladen Halte auch schon nach stärkeren Schilden Untertan, sehr hilfreich, um deinen schwächlichen Menschenkörper am Leben zu halten Du kannst dich aber auch weiter wegteleportieren, wenn dein Schild voll ist So, was hast du denn sonst? Und wie gefällt dir, Liarsburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary Obgleich... Du kannst jetzt mehr als eine Du kannst jetzt mehr als eine ... 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 Was mache ich denn hier, oder gibt es hier noch? Gibt es denn da drüben? Unten vielleicht noch was? Also... Okay, da kann man sein Aussehen verändern. Uninteressant. Ah, das ist hier. Dann kommst du bitte zum schwarzen Brett zurück. Oh Gott. Du bist sicher. Oh Gott. Oh Gott. Die Monks werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich im Brett. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Tja, Belohnungen. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben, ja? Er ist wirklich ein Mistkerl. Eine Gun. Das klingt doch gut. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst in Luft nehmen müssen. Mhm. Okay. Schauen wir mal. Eine MG. Schauen wir doch mal gegen die Kohle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ... Erklär es noch mal! Al Amigo, in den Rekorde! Du wirst sterben, bevor du die Kamera erreichst, so wahnsinniger! Bevor du auch nur einen Hauch ihrer Macht spürst, wirst du zigtausendfach erschossen und verbrannt und niedergeschlossen und zerfleischt! An diesem Satz hat mir einfach alles gefallen! Danke für den Hinweis, Amigo! So verblendeter Psychopath! Sobald ich zurück zu meinen Männern komme, werden wir mit Verstärkung wiederkehren! Du und jeder in diesem widerwärtigen Dorf! All die alten Männer, all die Frauen, all die Kinder! Ihr werdet alle brennen! Was war das? Ich hab's nicht gehört! Dein Arm hat beim Brechen so laut geknackt! Werden? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017